HAKUNA MAI TADA MUCHACHOS! Da sind wir wieder am Start mit dem besten Multiplayer-Shooter, den es jetzt halt auf dem Markt gibt. Rainbow Six Siege! Ranked heute auf Oregon unterwegs. Zusammen mit meinem Bosser. Hello! Hust du hier? Toyota. Bist du mich hier? Tauwagotchika. Sass. Mouchachos, heute ist es wirklich etwas Sass, denn wir sind heute im Krankheitsmodus und wir schauen mal, ob wir selbst krank rasieren können, Dicke, oder? Exakt Momente, uns geht's beiden nicht sonderlich gut gesundheitlich. Ich muss gesund werden, ich blase hier auch ein. Aber wir gehen natürlich trotzdem unser bestes, ich glaube ich nämlich, Jäger. Huchachos, es würde mich auch interessieren, haut mal in die Kommentare. Ich habe ja gerade gesagt, R6 der beste Multiplayer-Shooter, den es gibt auf dem Markt. Was ist eurer Meinung nach der beste Multiplayer-Shooter auf dem Markt? Haut's mal raus. Ähm, würde mich auch interessieren. Also ich finde halt Rainbow Six, ich würde es über Counter-Strike sehen. Wegen den ganzen Möglichkeiten, die Map zu verändern. Ähm, ich würde es auch über Call of Duty sehen, weil wir da viel krassere Cheater-Probleme haben. Und das bei Call of Duty leider immer so ist, dass es, äh, Waffen nicht hinzugefügt werden oder immer gewafft werden. Da gibt es immer eine Waffen-Kombi, die komplett OP ist, wogegen nichts anderes eine Chance hat. Also, Call of Duty, zumindest Warzone, ist einfach immer unfassbar ungebalanced. Ja, ja, ja. Ähm, was gibt es noch? Valorant würde es noch geben, was da mit rein linksen könnte. Das könnte man vielleicht noch akzeptieren, weil es einfach, äh, ein Shooter ist, der anders ist, dadurch, dass die ganzen, äh, Fähigkeiten haben. Finals! Finals gibt es noch auf jeden Fall, ja. Wobei man sagen muss, dass die Spielerzahl übertrieben hart krass gedroppt. Ja, das stimmt. Ähm, weiß ich nicht, ob man das nehmen kann. Aber ja, auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist durchaus, äh, diskutierenswert, finde ich. Was ist der beste Multiplayer-Shooter? Oh, wir haben schon einen Kill geholt bei Capcom. Sehr schön. Big Tower Stairs, Maverick. Okay, Maverick und Big Tower. Kann ich den hier irgendwo erwischen? Ah, angefragt habe ich Maverick auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Schön, aber noch einen. Er versucht es weiter, der Maverick. Am Window und an dem Window. Big Window. Nein, 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 Mr. Zero. Oh, Scheiße. Schade. Durchs Fenster, der kommt nicht rein hinter mir. Oh, hinter mir am Window. North Side Window. Pass auf, Dekonne, direkt hinter mir am Window. Am Childs Window oder was? Also hinter mir, ja, genau. Da aim ich gerade nicht hin. Ich aim mir Richtung Big Window. Okay, wir sind die Kids Window. Kids Window and Big Window. Hallo. Ich habe hier immer noch Maverick in Big Tower. Der ist drinnen hier. In Childs, da ist einer in Childs. Sie hat mich! Sie sind von zwei Seiten, die können gut kommunizieren. Ah, fuck, ey. Ich denke, ich bin auf der Seite. Ja. Zero. Wir wollen mich ficken. Nein, ich wollte rücken. Der Maverick hat mich geholt. Mich auch von zwei Seiten gefickt. Pink an Charles. Pink an Charles. Maverick ist noch im Big Tower. Und Low. Zeit läuft in zehn Sekunden ab. On your right, Smoke. Trophy, Trophy. Ja! Sehr schön. Die spielen krass zusammen. Also Finca und wer war das? Und Zero haben gleichzeitig dann reingepusht. Das ist nicht schlecht. Einer durchs Fenster und der andere wo? Big Window. Big Window. Deswegen konnte ich mich da nicht wegverziehen. Weil da war leider kein anderer, der da aufgepasst hat. Aber kommt die beiden Big Window? Oder war einer Childs Window? Ne, einer Childs Window reingerappelt. Ah, okay. Und den konnte ich eben nicht pushen, weil der andere an Big Window war. Und dann habe ich leider das Duell verkackt, wo ich eigentlich dachte, ich hätte sie easy. Aber nun gut. Nächstes Mal wird es besser. Die spielen auf jeden Fall nicht scheiße. Was ist euer Lieblingsvisier, Muchachos? Von den Einfachvisieren. Das würde mich interessieren. Ich versuche mal Reflex B. So, will der da jetzt rüber gehen? Der Smoke? Ja, der Mute oder was? Ja, sieht so aus. Wir müssen noch die Hedge verstärken hier, oder? Hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Egal, diese scheiß Jäger-Gadgets lassen sich teilweise so schlecht platzieren. Es fängt immer das Placen an und dann bricht es ab. Eins. Ich habe leider nicht mein Mute. Nein. Jetzt schon down. Das ist shit. Ich wollte Bunker raus, bitchen. Okay, Main. Da kann ich... Sehr schön. Oh, die breachen hier schon. Ich habe einen angefractort in den Messern. Ich versuche die Ela zu supporten. Vielleicht habe ich den sogar injured? Ja! Na schön. Nein, habe ich. Die Kali ist auch noch hier. Dann bewege ich mich wieder nach unten. Na ja, einfach nicht pieken die Kali. Ich glaube, das ist das Beste, oder? Okay. Wow, was war das denn? Irgendwas hat mich abgeballert. Er hatte hier gerade noch eine Twitch. Twitch-Store. Ah, ja, ja, ist bei mir. Ah, hat mich! 50 Prozent. Twitch outside bunker und 50. Er hat gefasst peaked, aber. Er hat gefasst peaked, aber. Er hat gefasst peaked gegen den Kern. Ja, das sollten wir aber kriegen, denke ich mal. Hinter den Fässern immer noch. Schweinerei. Okay. Ja, da vorne war ich auch. Pass auf. Oh, jetzt bitte nicht mehr. Nein. 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 Nein, nein. Nein, nein. Nein. Eigentlich hat sie keine Chance mehr. Einfach chillen. Ich schaue Angeln. nicht mehr piken 4 gegen 1 würde ich jetzt ungern verlieren 20 sekunden sie weiß dass du da bist aber weiß nicht wo mir ist jetzt wird er nervös einfach gechillt und runter gespielt zu riskieren ich hätte sie gerne auch sehr schön dann wäre es ein quadra kill gewesen aber ich habe ich nicht drei gedienst okay habe ich anscheinend nicht dining okay da würde ich ganz gerne ich versuche wieder mit c4 ein kill oben drüber falls termite da dingsen will ja ich will das mit puls machen deswegen muss ich mich verstecken aber die machen das mittlerweile warte mal schauen wir gleich die machen das mittlerweile woanders machen das nach hause direkt da wo die wand ist ja sondern wenn du die termite charge in die tür rein legt das ist ein warte mal ich zeig das mal gerade die vor ist gut wir machen das guck mal von unten ja warte ich muss mich erst mal verstecken hier hier machen wir das glaube ich ja auf der anderen seite quasi da kann man nur schlecht also könnte sie vier präsen ich kann auf jeden fall bescheid geben ob da eine handelsgruppe ist weil sie sehen dass ich puls habe spielen sie auf jeden fall sicher hier noch mal zu machen die man auch noch mal ein bisschen zu ja man könnte vielleicht mit c4 auch wenn er schon ja wenn er eine karte ist ja und macht das natürlich kaputt dann da oben ist auf jeden fall schon mal gesagt es ist nicht da da ist auf der anderen seite der wand ja weiß doch außen das jetzt auch noch nicht drin ja stimmt ja ich glaube da ist schon einer ja 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 gerade jetzt hier ist wo ich kann nicht ich habe einen angefragt ich habe einen angefragt einen angefragt oh hier maverick Marvin was heißt die hier neben dir direkt neben dir hinter dir oh fuck da ich sehe es ja maverick in shower der ist tot ne ja maverick ist down sehr schön dann habe ich da wieder platz an der anderen seite der wand oben höre ich gerade nichts weiß ich gerade nicht ich würde gerne zu dir kommen aber oh hier kitchen hier 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 bathroom 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 hier vorne ist nicht mehr vielleicht kann ich den flanken sehr schön dicker mein call aber auch mit kitchen war ja sowas von fail warst du auch hier warst du auch hier da sehe ich gerade nichts ok dann komme ich rüber das mich vorgehen dann ruhig verkackten deko das noch verkacken nee nee lass mich vorgehen warte ich kann schauen woche oh hier läuft die claim auch rein alter hast du die gesehen ja natürlich ja du bestehst ja auch seit 100 jahren da gibt mir noch bescheid es sein ist warte die gucke auf den boden alter da standen zwei stück die eine konnte nicht entfernen die zweite hat keinen winkel drauf aber wenn man ganz am rand gegangen ist kommt man dann vorbeigehen ne ich habe direkt geämpft und wollte in den lachs reingehen um zu schauen wo der da genau ist damit ich nur an der wand bin das killstealen wird incentive strafen wenn er mit den kill klauft die ganze zeit schon geier alter und dann stirbt er einfach die die rechte strafe gottes bekommen ich wollte mich opfern ich wollte mich opfern und es hat ja funktioniert so ok ich nehme jeng wir machen den wir versuchen auf jeden fall den fenster push mal schauen ob der funktioniert ich nehme ace für den breach wir haben längst jetzt nichts vorbei doch wir haben good luck habt ihr good luck i try to we need the mps please we need the mps please oh ace from big window big window big window ich habe verstanden Javier already er will russian ok 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 dann soll er machen soll er machen sicher dass er meint er will russian und nicht er ist russisch ach so ok das kann natürlich auch sein den mossi haben sie der mossi ist erstmal nicht schlimm wobei hat auch c4 ne ach ach hast du ne drohne drunter wahrscheinlich ne wahrscheinlich da drüben ok wenn drohne ich das selber aus meine drohne ist ciao mossi small tower noch 10 jankjahr jankjahr ich bin mir nicht sicher hier mit dem blitz alter was das werden soll ich bin angst nein ich bin jetzt wirklich da oh da guck ich nie hin shit mossi small tower die macht das komm ja was machen die ja die pushen ja wie wäre es vielleicht irgendwie das unten weg zu machen dass ich breachen kann oder so leider hast du halt den defuser hier mossi mossi hier zwei Leute Lobby ich kann nicht breachen zwei Leute Main zwei Leute Main zwei Leute Main wo da ist ein anderes 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 der hat c4 ja ich wollte den defuser holen eigentlich jetzt ja dann muss der irgendwann da rauskommen oder Perfekt, Digga Digga, Bossi, du Bastard Ja, der muss gleich kommen Jetzt hört er den Breach Du musst doch neugierig werden jetzt Sehr schön Jetzt muss er neugierig werden Da war aber ein langer Winkel Guck mal da, rechts am Window, da hat er gepiekt Rechts am Window, pass auf! Du guckst nicht mir zu wahrscheinlich Doch, da am Window Ja, ja, dann muss ich es tot Ja, aber da kann ja jemand Neues hingehen Ist ja nicht plötzlich irgendwie alles weg Ich gehe nach der Breach Hast du den Breach? Okay Ah, ist fast tot Go Master Bedroom Sehe ich gerade nichts, aber es könnte auf jeden Fall jemand am Swat sein Ja Geht rüber Etik, Etik Ja, genau da Oh, Goetheok ist tot B-Spot Musst du pushen Ich mach was Und B-Spot war einer noch Und der Rook Etik Ah, ich hab ihn aber auch geholt Habe ich doch nicht Ich hab ihn aber richtig angefrackt, Alter Und ich hab eigentlich nur seinen Scheiß Kopf gesehen, ne? Ja, war nämlich von mir, dass ich da reingerannt bin Sechs Kids Hallo! Also killmäßig läuft mir echt gut, aber Ja, die Runde war nicht so gut Ähm, du bist der Winkelhalter auf jeden Fall Egal, ich hab einen einzigen Winkel gehalten gerade Weil ich wusste, dass der mal wieder kommen muss wieder Ich hab mir hier einen falschen Spitznamen, ey Ähm, jetzt gehen sie runter Nimm ich wieder Ace mit zum Breachen Ja, brauchst du da irgendwas? Ich könnte außer nehmen mit Impact, äh, mit EMP Ja, das wäre gut, ja Spawn noch auf Construction Mach mal jetzt Mach mal Sack zu, ne? Ich mach das Team War ungünstig Ja, zumindest drehen sie so ein bisschen und gegen Calls Auch wenn... Ach, ich hätte darauf kommen können, dass Mossi da in Small Tower abgeiert Das war ein bisschen, das war fahrlässig von mir Ich hab, ich hab sogar... Nein, 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 nein Du wusstest, dass Mossi in Small Tower abgeiert Ja Ja, und ich hab auch in das Fenster reingeschossen Aber leider in die falsche Ecke Ich wusste nicht genau, wo er da am Fenster aimt Das hätte ich vielleicht vorher noch was scouten sollen Scheiße, die haben nur Luchi Meluchi Meluchi Da ist ja Luris dann eigentlich richtig geil Ich könnte auch noch switchen auf Luris Wenn die keinen Mute haben Ja, die haben keine Mute Einfach mal hab meine Drohne erwischt Was sagst du? Drossa oder? Ne Brava Wir haben noch Rava Wir haben noch Vamai und Vapery Brava Deco Okay Ja, wehe, du verkackst hast Hä, was? Ja, mit deinen Drohnen, dass du nichts übernimmst am Ende Kann passieren, ne? Scheiße, falsch gespawnt, Digga Hab extra auch gecallt Kannst du wachsen, ne? Kannst du wachsen, ja Dachte ich, hätte ich geklickt, aber ja Einmal nicht Meine Mutter sagt immer, ihre Lieblingssätze fangen an mit ich dachte Das heißt immer, dass ich Scheiße gebaut habe Klassiker, Klassiker Kann ich einfach reinrennen? Mir Lucy-Gerät eingenommen Hup! Oh, fuck! Vakery-Gerät eingenommen Vakery-Gerät Und Vamai-Gerät Zumindest ein bisschen was Hier, hinter ist Mira Kite-Kralle an dem Mira-Window wäre nicht schlecht Ja, aber das ist ja auf der anderen Seite, ne? Also, was soll ich da machen? Ja, hinfahren Nicht so einfach Über Big Tower von mir aus I can try Okay Wow Kite hat fast meinen Arsch Kite ist Big Tower Ich konnte gerade noch so abhauen Also, ich komme hier nicht vorwärts, weil ich habe keine Drohne mehr Und ich kann auch nicht, äh Kite wegkriegen Ja, Kite Big Tower oben Kite in Big Tower upstairs Kite in Big Tower upstairs Oben, oben, Mira open Nein! Aha! Mira ist open, äh, oben Ah Fuck! Kite, fuck! Äh Was ist hier vier? Na Hättest doch bei EMP bleiben sollen, glaube ich Aber unser Team hätte darüber was machen können Was denn? Das waren die ganze drei Leute auf meinen Arsch, Alter Dankeschön Dankeschön Ja, also ich Ich dachte schon, die haben einen erfolgreichen Push, weil Ash einfach einen Kill gemacht hat Aber Kite war hier in, in Big Tower Dann am Ende auch bei mir Mira war an Mira Window Und irgendwer stand noch links da an, äh, an der scheiß Gang, wo man irgendwie in Forst wird Ja Also drei Leute waren die ganze Zeit da, ich konnte halt nichts machen Ne, gerade als ich die Kite Kralle gesucht habe, meinte irgendwer, Mira, Mira open, Mira open Und dann deswegen dachte ich so, er redet mit mir Und deswegen hab ich irgendwann mal Mira Fenster geschaut, aber die war oben an der Hedge Also Deko, wir hätten so oder so nicht mit EMP aufmachen können Wir waren nicht, äh, in der Nähe genug Okay, sie gehen jetzt jedenfalls hoch, dann nehm ich Termite mit für den Breach Dann mach ich den gleichen Breach Sie gehen in Kitchen Sie gehen in Kitchen Ich nehm jetzt Osa, wie ich's vorher hatte Okay, die hat 3-2, Alter, wenn das in die Verlängerung geht, Alter, dann kotze ich aber im Strahl Ich hätte nicht Brava nehmen sollen, das war echt Käse Eigentlich war's geil, die hatten viele Gadgets zu übernehmen für dich Hab ich auch eingenommen Melusti, Bakery, Vamai Ach nein, sie machen da auf Was, machen die auf? Der Breach wird schwierig, die haben genau da aufgemacht, wenn man breachen muss Ja, wollen wir Meeting Hall? Ja, ja, dann lass das Meeting Hall gehen Oh, bleib ich aber glaub ich trotzdem, dann spawn ich Construction Ich Street Hier übrigens hier Ja, Eko, ne, für dich nochmal Ja Okay, gucken wir mal an, ob wir's jetzt hier besser hinkriegen Endlich mal den Sack zu machen Sack zu Bis jetzt hat noch niemand ne Angreiferrunde gewonnen Digga, die Ash und ihr Kollege pusht auch einfach die ganze Zeit nur rein, ne Okay, ich bin schon erfolgreich Kapkan in Big Tower Kapkan Big Tower, pushing down now Kapkan coming down Big Tower Stairs Ja, Deko, wollen wir mal langsam was machen, oder? We have to find, come to plan Du bist nicht da, Deko, du bist nicht da Ja, ja, ich weiß, dass ich nicht da bin Hey! Hey! Shower Corridor Meeting Gar nicht mehr ne Runde Sehr schön Sehr schön Nice job, guys Ah, die haben schön gepusht, waren sofort und das hat alles auseinander gemacht bei denen Die haben echt gut gearbeitet, ja Also in dieser Runde hat sie geklappt, sagen wir so Davor ging's eher nach hinten los Step 5 Aber in der wichtigen Runde haben sie es hinbekommen Mit dem Fast Push Nice! 7 Kills, MVP Der war da am besten, der war, warte, warte, warte Und das krank, Digga, so krank rasiert Ich kann dich nicht dingsen, ich habe von No Screw You bekommen Den geb ich auch einen Der war auch ganz nett Ne, der Rest gibt mir nix, dann geb ich auch nix Wenn sie dem Carry hier keinen Plus geben, dann gibt der Carry auch nix zurück So ist das Ja, dankeschön fürs Carrying Gar nicht für Meinen Rucksack, er war bequem 4% Alpha Pack Leider nein Ich leider auch nicht Also Mochachos, ne Eure Meinung, bester Multiplayer-Shooter auf dem Markt zur Zeit Was zockt ihr am liebsten? Haut's in die Kommentare Creator Code Loser Creator Code Loser bei Ubisoft, falls ihr euch irgendwas holen solltet Und natürlich Mochachos neuer Merchshop ist am Start Mit neuen Merch-Designs, komplett niggelnagelneu Mit oversized, mit einem normalen T-Shirt und mit einem richtig sweeten Hoodie Schaut's euch an Dank euch für den Support Bis zum nächsten Mal und Ciao, ciao Bye-bye shot see you Untertitelung des ZDF für funk, 2017